Wie ist die Hochdruckverfahrenstechnik? Wenn Sie später irgendwo in der Forschung arbeiten möchten, also in ein Forschungsinstitut gehen möchten, also an ein Fraunhofer-Institut, an ein Max-Planck-Institut, die Helmholtz-Gesellschaft oder wenn Sie natürlich eine Hochschulkarriere machen möchten, dann ist die Promotion nahezu Voraussetzung, um da weitergehen zu können in den Weg. Also das ist eine der Grundvoraussetzungen. Auch viele der Forschungsabteilungen in der Industrie tut man sich leichter zumindest, wenn man einen Doktortitel hat. Da wusste ich dann zumindest, dass ich promovieren wollte, dass das was wäre, wo ich sage, ja, drei oder vier Jahre da auf so einem Thema zu arbeiten, fände ich toll. Da wusste ich noch nicht, dass ich dann unbedingt an der Hochschule bleiben möchte, sondern der normale Weg der meisten Doktoranden ist natürlich, anschließend in die Industrie zu gehen und dann irgendwo in Forschungsabteilungen zu starten, dann vielleicht in die Produktion zu gehen und dann sich ein bisschen weiter hocharbeiten. Wichtig dabei ist, das Thema muss Ihnen gefallen, also Sie müssen sich mit einem Thema identifizieren können und das ist das, was ich sagte, da sollten Sie eigentlich am meisten darauf Wert legen, Sie müssen sich Nummer eins natürlich in den ersten, in den vier Jahren der Promotion damit auseinandersetzen. Ich hatte aber vorhin schon gesagt, Sie spezialisieren sich während der Promotionsphase auch und Sie engen so ein bisschen Ihr späteres Berufsfeld ein im Vergleich zum Masterabschluss, den Sie haben. Die Auswahl der Doktoranden erfolgt in erster Linie über den persönlichen Eindruck. Also ich kenne diese Person, wie gibt die sich im Arbeitsalltag, wie hilft die am Lehrstuhl, wenn sie zum Beispiel als studentische Hilfskraft mitbeteiligt ist, wie passt die so in das Gesamtteam rein. Also kommt die mit den anderen Mitarbeitern klar, ist die Person ein Eigenbrödler, mit denen man die immer Schwierigkeiten macht und die man immer zu jeder Arbeit hinschieben muss oder funktioniert das von alleine, werden Eigeninitiativen ergriffen. Das ist eigentlich der wichtigste Faktor, der dahinter steht. Das kann man in einem persönlichen Gespräch, wenn Sie sich jetzt von extern bewerben würden und ich kenne Sie nicht, dann kommen Sie bei mir vorbei und wir nehmen uns vielleicht eine halbe Stunde Zeit und unterhalten uns. Da kann man das nur sehr eingeschränkt kennenlernen und daraus sehen Sie schon so ein bisschen, wie wichtig es ist, dass Sie vorher vielleicht schon bekannt werden an dem Lehrstuhl. Was mir auch immer ganz wichtig ist, ist natürlich nicht nur, was meine persönliche Meinung zu der jeweiligen Person ist, sondern in vielen Fällen können natürlich die wissenschaftlichen Mitarbeiter, bei denen Sie dann als studentische Hilfskraft gearbeitet haben, noch viel mehr über die Person aussagen. Weil ich sehe Sie ja vielleicht mal hier und da mal wieder und in einem Projekt vielleicht irgendwie mal wieder mal eine Stunde und Sie stellen mir mal Ihre Arbeit irgendwie vor und wir sprechen vielleicht mal über die Arbeit. Der wissenschaftliche Mitarbeiter, bei dem Sie tagtäglich arbeiten, der kann Sie deutlich besser noch einschätzen. Der weiß dann, wie Sie so sind, wie Sie so ticken, wie Ihre Arbeitsvorstellungen ausschauen. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich hole mir sehr viel Rat auch von den oder Informationen von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die mir dann ein Feedback geben. Ja, wir können uns vorstellen, der passt ganz gut oder die Person passt ganz gut und würde ganz gut in unser Team reinpassen. Sie sollen eigenständig arbeiten und ja, Sie kriegen von mir Unterstützung und von den anderen, die mit im Team sind. Und ja, wir diskutieren mit Ihnen und sagen Ihnen, ich glaube, das könnte ein falscher Weg sein. Oder ja, Sie sind auf dem richtigen Weg, aber Sie müssen der Experte auf dem Gebiet sein.